So und damit halten Leute was geht ab und herzlich willkommen zu einem Video von Dying Light 2. Schön dass ihr wieder mit dabei so einen Bock drauf habt. Ja im letzten Video haben wir nicht viel gemacht. Da haben wir nur eine Basis eingenommen für den Uptraining. Schweige denn eine U-Bahn-Station. So und da es jetzt Nacht ist, wollte ich eben da hinten hin. Die Anomalie machen. Oh ein Winterland, die sind. Ich dachte halt gehörte zu den Dingen, aber gut dann machen wir schon mal. Die Anomalie machen das Abenteuer. Das war es war Dying Light 3. Ja ich weiß nicht, dass ich anem Laufsteuer bin. Doch Doug war Dying Light 2. Das war ja jetzt ganz einfach. Das war ja jetzt kein Tempel. Ich hab doch mal wusste, warum er auf der Phase war. So, sorry, ich war da hinten hin. Da. Hempstoffbehälter, LK. Ja, ich hab da mal stehen. Ja, ich hab da mal stehen. Die sind die. Ja, ich hab da mal stehen. Ja, ich hab da mal stehen. Ja, wo ist denn die Tür denn jetzt schon wieder hin, Alter? Ist das der Verpiss? Ja! Oh, was weiß ich auch nicht richtig? Ja! 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 Meinst du, der juckt mich? Das war's doch! Ja! 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 mich verarschen, Alter? Wie könnt ihr mich denn treffen, Alter? Der will mich doch verarschen, Junge. Der will mich doch komplett verarschen. Ist das eine Rotze. Spasten, Alter. Was für eine Kacke, Mann. Ist ja nicht mal eine verdammte Kack-Mistleiter da. Ich sehe gar nichts, Alter. Wo bin ich denn jetzt hier? Wo kommen wir jetzt hier raus? Das ist ja kein VNC-Tower. Junge, wie komme ich denn hier hoch? Alter. 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 ich sehe gar nicht bevor ich jetzt wieder da reinfall und wieder nicht rauskommt was der größte Witz ist jetzt sehe ich gar nichts so staubig hier jungen ist denn jetzt los ja 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 Oh. 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 Du sollst nicht heilen, Junge. ich kann dieses menü so lange laden alter ist doch nicht mehr normal das ist ja glaube ich das behinderte langsamste menü weil ich jemals in meinem leben gehabt habe ja 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 die spiel ist so am backen das ist doch ein harter tobak hier mittlerweile richtig wo hin wieder so ein kreischer quietscher wie spaß und heißen junge was ist denn das für ein mistmenü ohne witze wo es hängt die spacken auch schon hier ab die heute hat begonnen Boah, halt die Frisse. Ich zeuchte jetzt hier raus aus diesem Scheiß. Du bist so dumm wie ein Haufen Scheiß, was? Junge! Bist du für ein hartes Moped, ey? Das ist doch nicht so schwer. Ich seh gar nichts weiter. Ja, ich seh das! Ja, ich seh das! Ja, ich seh das! Ja! wie soll ich denn da hochkommen ich sehe einfach nix alter ich sehe nix bisschen ernährung und scheiß punkt ich hab kein bock auf nacht der kumpel da komme ich jetzt aber nicht hin und 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 ist das immer noch nacht? vielleicht kaputt boah da hab ich ja jetzt gar keinen bock hochzuklettern absolut nicht so so